Ja, willkommen zurück bei Sherlock Holmes Chapter 1. Ja, das letzte Mal war mein Mikro aus. Jetzt ist es an. Ich habe es jetzt erst gemerkt nach zwei Folgen, aber egal. Ich lasse trotzdem hoch. So, los geht's. Sherry, ich verabschiede, dass du hier noch eine Nacht spendest. Das Hotel-Raputation wird keine zweite Untersuchung übernehmen. Was haben wir denn da? Ähm. War das jetzt richtig oder was? Ja. Ich habe bereits in Ordnung mit meiner Mutter's Passage. Hm. So, du wirklich nicht erinnerst? Zu was du referierst? A Funeral. Sherlock, du bist ein Verzicht. Erstens, ich dachte, dass diese Verzicht auf diese Gefühle auf die Gefühle, aber du bist enorm level. John, ich glaube, ich war zu jung, um zu verstehen. Ich konnte nicht fassen, warum sie mich verlassen würde. Vielleicht ist diese Verzicht, das besser vergessen. Rito von Cordona. Okay. So, Erinnerungen an die Beerdigung. John fragt er mich, ob ich mich an die Beerdigung meiner Mutter erinnere. Das tue ich nicht, aber ich kann versuchen, mit Details wieder ins Gedächtnis zu rufen. Okay. Hier ist was. Minecraft bestand hartnäckig darauf. Minecraft war zufrieden, dass wir in London sofort nach dem Verzicht. Sie hat mir nie erzählt, warum, aber ich sah, wie unzettet worden er war bei der langen Requiem. Hm. Oh mein Gott. Also hier oder was? Oh mein Gott. Okay. Wie er das Grabs, wie er das Holm's Grab. Okay, hier ist eine Uhr. Okay. Okay, also irgendjemand hat das da hingelegt oder was? Okay, gucken wir mal hier. Vielleicht mal die Leute fragen. Vielleicht er? Warte mal, da hinten ist doch was. Da ist das so ein Symbol hier. Da. Da. Okay. 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 Es wird Zeit auf den Friedhof zurückgehen. Ja, das haben wir doch schon. Okay. 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 Let's Die Schuhe standen nahe der Tumbe. Die Größe des Princes schreibt, dass er ungefähr fünf und eine halbe Meter groß ist. Und was bringt mir das? Ein Mann mit modischen Schuhen. Oh, da ist noch was. Das ist ein Modell der Tumbe. Aber lass mich euch sagen, dass ich mich nicht interessiere. Ah, das wird sehr beeindruckend sein. Komm schon, der Tumbe weiter geht. Okay. Okay, also dahinten geht's weiter. Spuk geht dahin. Weiter. Weiter. Das ist oder was? Fahrrad eines Besuchers. Eine Portable Eisel wurde dort gehalten. Ich hoffe, dass die Inspiration beeinflusst während dieser schönen Vaults besuchen. Aber am wenigsten, du wirst die Sicht. Deine, Mercuria. Die Krankenhäuser. Fotografiere. Fotografiere. Achso, Fotografie. Fotografiere. Ist hier noch was? Ist hier noch was? Da. Es ist stammt mit einem Ölpainter. Ein Artist, der in einem Zement. Denkst du, er würde mein Porträt. Ok, alle Hinweise gefunden. Ah, da oben sieht man immer, was man machen muss. Ne, was wir gemacht haben. Ein Mann mit modischen Schuhen. Ok. Fotografie. Das heißt, wir müssen jetzt da hingehen, ne? Oder was? So. Oh Gott, wo ist das? Muss ich das jetzt finden? Ok, dann suchen wir mal. Ja, hier, ne? Hier ist es doch. Oh, es ist dieser schreckliche Artist aus dem Hotel. Sei schön, Sherry. Herr Ho, kamst du für ein anderes Porträt? Nein. Ähm. Waren sie am Grab meiner Mutter? Wie ist das? Wie kamst du für meine Mutter? Oh, mein. Es ist ziemlich etwas, zu sehen, die Powers der Beziehung zuerst. Ja, ich... habe ich dir die Zeitgeist. Nach ihrer Todesmacht, gab es eine Estate-Sale. All of Cordona's elite-picking von ihren Räumen. Ich konnte nicht so schönes Ding gehen zu diesen Vultures. Als ich sie kennengelernt habe, ich konnte nicht mehr die Watch in guter Wundern. Es ist deinem Recht, und ich wusste, dass du es hier findest bist. Danke. Ich habe es vergessen, aber als ich es sah, ich wusste, dass es sie war. Es ist unglaublich, was die junge Geist forgett, und die älteren kann erinnern. Es ist ziemlich wunderschön, in einem Cemetery. Ich denke, dass du gewinnen, aber ich bin hier für mein Herz. Es ist schön, wenn du siehst, selbst in Decay. Ein kleines Schmerzen bringt die Licht. Meine Mutter. Hm. Ich muss mich nicht informiert haben. Ich habe es gehört, dass ich es nicht mehr gehört habe. Es ist nicht mehr als ich? Nein, nein. Du wirst besser wissen, als ich. Ich habe es gehört, über eine politische Investition, aber Cordona ist eine grössliche Gossip. Was ist das? Es ist egal, sie hat auch gewonnen. Sie hat. Na ja, ich werde nicht mehr intrudieren. Ich werde dich mit deinem Begriff. Du bist bei der Gallerie, wenn du deine Geist vermittelt. Auf Wiedersehen. Hm. Hm. Bist du okay, Sherry? Geh so lange, wie du brauchst. Hm. Alles, was ich brauche, ist es nicht hier. Du kannst noch vor der Dornen finden, wo du ein Archiv aufsuchst und dort auch nachvollziehen. Solltest du darüber nachdenken, in welchem Archiv du am ehesten fündig wirst. Hä? Was für ein Archiv? Schon wieder. Karte. Ach du Scheiße. Das ist riesig. Uhu. Okay. Okay. Ähm. Das haben wir. Das haben wir. Da. Im Buch. Gedankenspiele. Mutterliebe. John ist seit meiner Kindheit mein Freund. Es fällt ihm schwer zu akzeptieren, dass nur ich ihn sehen kann. Okay. Okay. Und jetzt hat? Hier bitte hin, oder? Nö. Huch. Friedhof von Cordona. Griechische Brücke. Cezarenbrücke. Polizeiwache. Polizeiwache, oder was? Äh. Äh. Ja, ich glaub schon, ne? Und wir kommen jetzt dahin. Kompassmarkierung auf Spieler fokussieren. Komm ich da hin? Ja, fahr doch hin. Geht nicht. Hä? Geist der Vergangenheit. Ring mit Muttengavur. Ja, das hat man ja schon. Mutterliebe. Ja, das hat man ja schon. Fotografie der Grifte der Malteserritter. Ich hoffe, der Besucher. Zurück auf Cordona. Ich habe eine Nacht. Okay, wette mit John. Leider hab ich die verloren. Ähm. Im Polizeiarchiv. Genau, Polizeiarchiv. Wie komm ich denn da hin? Miethof. Palazzo. Grand. Markt. Cordona. Chroniken. Rathaus. Hä? Polizeiwache. Wie komm ich da hin? Keine Ahnung. Gedrückt halten. Schnellreise. Steht da. Ja toll. Bin ich wieder hier. Ach. Hab ich über... Hab ich jetzt irgendwas übersehen? Geh mal dahinter. Goss ist riesig. Hier ist doch was. Kaiser Aquädukt. Okay. Ein neuer Ort. Schnellreisepunkt. Neuer Schnellreisepunkt. Okay. Es handelt sich um Werner Vogel. Ja schön. Huch. Huch. Ist das hier relevant, oder? Zeitungsjunge. Zeitungsjunge. Could you help me? There is no amount of money that would make me talk. Ich weiß ja gar nicht wo ich hin soll. Wo soll ich denn hin? Buch sagt er. Hier oder was? Äh. Was ist denn Experiment? Ne. Äh. Was ist denn Experiment? Kaiser. Friedhof. Da möchte ich hin. Warum kann ich da nicht hin? Verstehe nicht. Cäsarenbrücke. Oder muss ich da jetzt hinlaufen? Ich glaube ich muss da hinlaufen. Ich glaube ich muss da hinlaufen. Ne. Ich muss über die Brücke. Da. Weg da. Ich muss über die Brücke laufen. Guckt euch das an ey. Geil oder? Wie in Venedig. Wie im Urlaub. So. Jetzt muss ich mal gucken. Was ist denn das? Mäh. So. Okay. Weiter laufen. Also wir müssen auf die Polizeiwache jetzt. Die Frage ist nur wo. Ist sie? Ist ja ne offene Spielwelt hier. Nein. Nein. So. Ich muss mich fragen. Ich muss mich fragen. Es ist nicht so. Ich kann mich nicht mehr sagen. Es ist nicht so. Es kann mich nicht mehr helfen. Stark, das. Stark, das. Ich bin nicht ein klark, verdammt. Wie soll ich jetzt bekommen? Ja. Was ist das? Du möchtest einen Kurs? Nein. Ich würde nicht. Mein Name ist Sherlock Holmes. Ich will die Polizeiwache. Wir würden nicht alle? Ich bin wirklich. Ich bin wirklich. Ich bin wirklich. Officer Logan hat sich in der Mitte und er nicht lässt sich in. Warum ich einmal im Archiv? Aber warum die Archive? Wann nicht das Stuhl everyone's work? Du glaubst es wird. Er schaut alle die Thiebe in Cordona über die letzten Jahrzehnte. Sag eine Sache für Logan. Er ist persistente. So. Was ist passiert? Was ist passiert? Eine Telleress von Scaladio wurde verabschiedet. Logan hat zwei ganze Tage in der Shop, den Thiefen verabschiedet. Und sie hat immer gesagt, dass es alles falsch ist. Der Schroo hat ihn auf die Wände. Kann ich helfen? Würde ich mich mit dieser Telleress zu sprechen? Ich könnte dir das Sketch in keinem Zeitraum bekommen. Geh weg, dein High Horse, Herr. Du denkst, du bist besser als jetzt ein Sketchartist? Eigentlich bin ich ziemlich sicher, dass ich bin. Lass mich es zeigen. Nun, ich sehe keinen Fehler in es. So lange es Logan rauskommt. In fact, ich muss auch ein paar Rekorde suchen. Hier ist die Adresse. Guten Glück. Dann muss ich der Polizei bei der Anfertigung eines Phantombilds helfen. Sorry, ich bin jetzt beschäftigt. Kann ich dir eine Frage stellen? Nichts, was ich dir sagen kann, Herr. Aber andere werden nicht mehr wissen. Ich würde ja gerne, aber wie geht das? Guten Tag. Ist ja gut gemacht irgendwie. Ähm. Ähm. Ne, nicht seh' aus. Hallo? Quatsch. Was ist das da? Das da? Ist das mit dir familiar? Nichts, was ich dir sagen kann, Herr. Aber andere werden nicht mehr wissen. Das funktioniert nicht. Du könntest einen anderen Tag brauchen. Wo kann ich denn hier ein Phantombild machen? Da hinten, oder? Hier. Ne. Phantombild. Hm. Ne. Hier nicht. Ja. Und da hinten? Gott, ich kann überall hingehen. Inspektors. Hä? Hä? Ja. Ich weiß doch nicht wo. Archiv hier. Ja, ich weiß doch nicht wo. Archiv hier. Wo kann ich denn hier ein Phantombild machen? Hä? Muss ich dem Phantombild Zeichner der Polizei helfen? Ja. Und wo ist der? Wo ist denn der Zeichner? Ich sehe keinen Zeichner. Wo ist dieser Zeichner? Ich habe keine Ahnung wo das sein soll. Hm. Na gut, dann würde ich mal sagen, machen wir in der nächsten Folge weiter bei Sherlock Holmes. Und dann... Äh, vielleicht finden wir ihn oder ich finde was anderes. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Tschüss!